So, servus meine Freunde und herzlich willkommen zu nochmal einem kleinen Ankündigungsvideo, der Livestream von League of Legends von mir ist wieder online, den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung, ich hoffe es kommen ein paar mehr als gestern und wenn ihr kommt bedanke ich mich schon jetzt und wünsche euch viel Spaß beim Livestream, ich seh euch dann da, live.